Heyo, was geht auf YouTube? Herzlich willkommen bei einem kleinen Vlog und zwar dem ersten Vlog auf meinem Kanal. Wir haben jetzt morgens 10 Uhr ungefähr und ich gehe gleich zum Lukas und wir wollen ein Video für ihn drehen. Ein kleines Musikvideo, er hat schon den Sound aufgenommen und wir müssen jetzt nur noch das Video drin. Dafür habe ich so mein ganzes Equipment eingepackt und meine Gitarre natürlich. Wir wollen gleich eventuell ein paar Fotos machen gehen, weil es echt richtig geiles Wetter draußen. Und das muss man natürlich nutzen und deshalb gehen wir gleich einfach eine Runde raus und gucken, dass wir ein paar schöne Fotos machen können. Und dabei möchte ich euch mitnehmen. Bis gleich. So meine Freunde, ich bin gerade auf dem Weg zu Lele und fahre hier durchs tiefste Essen. Also das ist wirklich ziemlich stressig zu fahren, weil einfach richtig viel unterwegs ist. Gerade so zu den Zeiten, so 10.45 Uhr, die letzten fahren dann so zur Arbeit. Und ähm, ach ja. Aber ich bin so in circa, ich würde sagen 10 Minuten da. Und ähm, dann werden wir sehen. Der Kofferraum ist voll. Also ich habe wirklich richtig viel im Kofferraum. Liegt einfach daran, dass ich alles mitgeschleppt habe. Ähm, meine Kamera natürlich. Ähm, Lampen. Also die Videolampen für den Videodreh. Und auch sonst, ähm, mein Stativ. Zwei Tennisschläger noch für Lennart. Die bringen wir dem auch nachher noch vorbei. Der wollte nämlich anfangen, wieder Tennis zu spielen. Hat keinen Schläger zu Hause. Das heißt, ich bringe ihm gleich einen vorbei. Und, ähm, wir sehen uns aber gleich erst mal bei Lele wieder. So, meine Freunde. Ich habe leider gerade vergessen, ähm, eine kleine Ankommensszene zu drehen. Wir sind jetzt beim Lele. Dann kündigen wir die Ankommensszene. Doch, wo ich bei dir angekommen bin. Ja, von mir aus. Gut. Ähm, ihr habt ja gerade gesehen, wir sind jetzt soweit mit dem Film durch. Und haben jetzt angefangen, das ganze Ding zu schneiden. Ich kann euch hier mal kurz so ein kleines, äh, einen kleinen Vorgeschmack geben. Den Rest gibt es dann irgendwo, irgendwann bei Lele zu sehen. Ich werde euch irgendeinen Link wahrscheinlich unten in die Beschreibung tun. Ähm, wir schneiden jetzt noch weiter. Und nachher geht es für mich dann noch, äh, zum Tennis. Und zwar gucke ich bei einem Kumpel noch beim Tennis zu. Aber wir sehen uns dann später. Bis später. So, meine Freunde. Wir sind jetzt irgendwie auf dem Tennisplatz. Allerdings ist es schon der nächste Tag. Das heißt, wir haben heute schon Donnerstag. Weil, äh, gestern war alles ein bisschen stressig. Lennart hatte da ein bisschen Tennis-Training. Und, ähm, das hat alles geregnet. So ein bisschen. Und deswegen wollte ich die Kamera nicht unbedingt mit rausnehmen. Wir sind jetzt hier beim Tennis-Spiel. Lennart übt ein bisschen den Aufschlag. Und, ähm, ja, vielleicht schauen wir euch gleich nochmal ein paar Szenen rein. Szenen rein. Musik 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 Und ja, dann hoffentlich sehen wir uns auch bald wieder. Ciao.